Liebe Neustrelitzerinnen und Neustrelitzer, ich bin Falk Jagdzent und ich bin seit sieben Jahren Stadtvertreter. Am 18. April ist Bürgermeisterwahl. Und bitte wählen Sie den Wechsel, denn unsere Stadt ist in den letzten 18 Jahren wenig innovativ, sehr bürokratisch und sehr selbstzufrieden geworden. Das muss anders werden. Ich unterstütze Angelika Groh, denn sie ist die richtige, frischen Wind in unsere Stadt zu bringen. Tun Sie das bitte auch. Dankeschön.